Norddeutscher Rundfunk 2021 Das erste Mal bin ich in den Pferd, seit 4 Jahren. Ich sehe den Pferd, wenn wir nicht in den Pferden sind. Ich bin in den Pferd. Doch Millionen Menschen sehen sich heute aufgrund von Krieg, Terror und Gewalt zur Flucht gezwungen. Ich bin in den Pferd, weil ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin in den Pferd, weil ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin in den Pferd, weil ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin in den Pferd, weil ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin in den Pferd, weil die Mafia 5,000 bis 6,000 Tonnen. Aufwand! 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 So viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Hungary sagt, dass sie Tausende von Migranten in den Austrieren transportieren. Ich bin in den Pferd, bei der Daesh-Daisch. Und jetzt habe ich mich noch um die Russen. Das sehe ich auf den Weg. Ich sehe ihn den Augen, 아무�. Ich bin mir in den Pferd. Ich habe hier eine Frau geboren. Mama hat meine Mutter... ... und ich habe sie auch noch keine Angst. Mannen hat mich recht, ich habe es Plaza roku. Ich habe ein bisschen gelernt. Was machst du hier in Deutschland? Spielern. Spielern? Ja, sicher. Aber was ist wichtig für dich ist, dass du den Refugee-Status bekommst. Ich wusste nicht mehr, denn ich war so viele Kinder. Ich wusste nicht mehr, aber ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, ich wusste nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, dass ich die Probleme habe. Ich wusste nicht mehr, Aber ich wusste nicht mehr, dass wir die Probleme haben. Ich wusste nicht mehr, dass ich die Probleme habe. Ich wusste nicht mehr,